Hallo, mein Name ist Verdiana, ich komme aus Italien und ich arbeite als Forscherin an der Universität Bern. Als ich nach Bern gezogen bin, war für mich eine größte Integrationskurve die Landessprache, da ich nie Deutsch gelernt hatte. Der Deutschbon war für mich eine wichtige finanzielle Unterstützung, um einen professionellen Sprachkurs zu machen. Der Deutschbon ist eine gute Idee und ich empfehle dir, dich zu bewerben. Deutschbon ist gut. Untertitelung des ZDF für funk, 2017